Das ist die Überraschung. Die Überraschung ist, vielleicht habt ihr es erraten anhand dieses Logos oder der Medienberichterstattung in den letzten Tagen, wir haben hier den Gründer Jean-Peter des PEN-Kollektivs aus Berlin, der uns etwas erzählen wird über eine Aktion, die im österreichischen Parlament gelaufen ist, die letzten drei Tage, wegen der auch gestern Ermittlungen des BVT eingeleitet wurden gegen diesen Herrn. Und das Thema ist, wie man das BVT Kunst und die FPÖ BGP Keys jagen lassen kann.